Ich habe mich für ein Studium bei der Kaleidos Fachhochschule entschieden, weil ich mein fachliches Wissen vertiefen wollte und vor allem beruflich weiterkommen wollte. Für die Kaleidos Fachhochschule spricht vor allem, dass ich meine Arbeit behalten konnte, weiterhin 80 bis 100 Prozent neben dem Studium zu arbeiten. Und nebendran ist es natürlich so, dass die Lehrer und auch die Schüler einen hohen Praxisbezug aufweisen, weil sie nebendran auch alle in einer anderen Arbeit nachgehen. Und dann ist es zusätzlich auch noch gewesen, weil die Schule etwas über Basics hinausgeht. Das heisst, man bekommt etwas mehr Details vermittelt, man muss ein bisschen mehr arbeiten, aber nachher ist man dafür umso sicherer zu meinem Arbeitsleben zu bestehen. Vom Studium bei der Kaleidos Fachhochschule habe ich vor allem profitiert, dass ich nach dem Studium gerade einen neuen Job bekam. Ich habe in einer neuen Branche angefangen und zusätzlich auch in einer neuen Position. Das Studium bei der Kaleidos Fachhochschule würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe es sehr spannend erlebt, vor allem auch wegen der Vielseitigkeit der anderen Studenten. Man kann unglaublich viel profitieren, weil jeder aus einer anderen Branche kommt, einen anderen Praxisbezug hat. Man hat Polizisten gehabt, selbstständige Grafiker bis zum TV-CEO und Logistik. Also das ist ein Punkt, wo man sehr viel Erfahrung sammeln konnte und sich austauschen. Das ist ein Punkt für Kaleidos Fachhochschule. Das ist ein Punkt für Kaleidos Fachhochschule. Das ist ein Punkt für Kaleidos Fachhochschule. Wenn ich die Frage nach Lehren hier habe, wie ich ein paar Informationen auf dem Weg kennenlernen. Ich glaube, dass wir auch ein paar Informationen schon auf dem Weg haben. Vielen Dank.